hallo guten abend ich bin jetzt in warenbronn hier ist grüner baum warenbronn sehr sehr gutes restaurant späbische restaurant und die in die mitte von die auch ein bäckerein ist steckleinerdorf naebel liumberg naebel liumberg stuttgart طبعا هاي المدينة حلوة هي قرية ومتوفر فيها بيوت كمان متوفر فيها بيوت يعني تلكون هاي دا فيها كمان شبار كاسل قرية حلوة مكان جميل جدا قرية بقصد قرية حلوة وفيها بيوت متوفر هنا وهو في عمل ما فيا صراحة لانه بتتبع لليومبرغ دونت ليومبرغ جانشتوكات تغريبا فيه 14000 السكان هون وبيوت حلوة كتير وادينين يعني بجأن听HHHH وحزيوة ملي earnest أيضا وطنمثي Пр commitsتابة الحلوة وأنتم من الملسخة يع das ist ein das 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 die das das Hier gibt es noch ein paar Aradien, ein paar Aradien, ein paar Aradien und ein paar Aradien. Hier ist die kleine 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 Die kleine kleine kleine. Hier haben wir auch etwas Gerecksempf Hier haben wir die kleine kleine Schlecksempf Hier haben wir auch ein Kroos zu schlafen. Hier ist auch ein Bikerain Hier sind wir die kleine Schlecksempf Hier haben wir die kleine Schlecksempf Ich mache ein Video von Varbron. Ich habe einen Kanal im YouTube 200.000 und es gibt hier auch einen Donnerladen, aber ich weiß nicht, aber das war, wird geöffnet. Vielleicht 2030, oder? Aniklas? 2030 wird geöffnet. 1230 wird die Bus haltestellen. Jutzenile, Jutzenile. Hier ist die Stadt Zardrön. Hier sind zwei Mann, die in der Stadt der Barsch. Sie sind in der Stadt der Barsch. Sie sind in der Stadt der Barsch. Sie sind in der Stadt der Barsch. Ich bin jemanden, der freie sich mit einem Bewerb auf dem Auto. Der ist ein Unfall, der wir mit einem Aßel in der Fahne haben. Das ist ein Unfall. Hier ist die Obstrasse. 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 Ich möchte einen Video von der Stadt machen. Sie ist eine gute Stadt und eine gute Stadt. Hier gibt es auch eine Beziehung auf dem Bett und nicht mehr. Hier gibt es auch die Volksbank. Hier ist die Volkswagen. Die Volksbank ist auch die Volksbank. Das ist auch die Volksbank. Hier ist die Volksbank sehr gut. Es gibt einen Schwerpunkt für die Schwerpunkte und die Schwerpunkte. Die Schwerpunkte sind sehr schön. Die Schwerpunkte sind sehr schön. Hier ist das richtige Stadt. Denn hier ist kein Verrückter getan. Es gibt einen Schwerpunkt, die ich in der Schwerpunkt habe. Die sich nicht nur in der Schwerpunkt befindet, aber es gibt einen Schwerpunkt. Es gibt einen Schwerpunkt, die sich in der Schwerpunkt befindet. Das ist eine Schwerpunkt. Das ist eine Schwerpunkt. Ja. Amen. Amen. . 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 Sie sehen uns beim nächsten Mal. up und hier Uwe 91 40 40 40 40 41 41 41 42 hier was noch was ist denn schritten in der schritten das 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 ist das ist das 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 So, das ist der Tempel. Es gibt ein 600 bis 233. Ich bin hier ein. Und dann kommt der Tempel. Ich bin hier in der Tempel. Das ist der Tempel. Ich bin hier in der Tempel. Auf Wiedersehen.